Untertitelung des ZDF, 2020 Ich, König Christian der Siebte, erkläre hiermit den Krieg gegen die Scheiße. Oder ist Ihnen gefallen, eine neue Stelle anzutreten? Was wäre das für eine Stelle? Leibarzt des Königs. Ich trinke gern. Ich habe gefallen an Huren mit großen Brüsten. Und ich schlag mich gern. Was ist darin verwerflich? Warum musste ausgerechnet ich diese langweilige Gans abkriegen? Ich will eine lustige Königin. Ich glaube, Ihnen ist gar nicht klar, was für einen großen Einfluss Sie auf Christian haben. Du könntest ein überragender König werden, Christian. Ich erwarte ein Kind. Ist das wahr? Nein. Du zerstörst meinen Landstrunsee. Verschwinden Sie oder ich lasse ihn entfernen. Unser König steht unter dem Einfluss eines Aufklärers. Ich will nicht an deinem Grab trauern, weil du deinen Kopf verlierst. Du bist ein armen Arzt. Und jetzt willst du auch noch das ganze Land regieren. Ich weiß, was ich gesehen habe. Der König von Preußen hat meine Mutter gevögelt! Ich bin einer von euch! Ich bin einer von euch! Die halten mich alle für verrückt. Ich bin einer von euch! Vielen Dank.